Alle Rechte gemacht. Von 1998 bis 2015 in dem Jahr haben die sich hier die Rechte besorgt. Also wenn man das Spiel hier irgendwie kopiert, wo man ähnlich kopieren kann, aus dem Account, den man anderen gibt und so weiter, na egal. Ja, kann man bis zu fünf Jahren in Haft gehen oder 250.000 Dollar bezahlen, na egal. So, egal. So, gucken wir hier, attacken, was es hier geht da. Ja, hab ich mir gekauft, was für zwei Euro oder was. Ja, man kann recht viel machen, wo das wäre. Gut, gucken wir mal. Ja, also es gibt hier nur vier Trophäen, ich habe bei jemand anderem mal geguckt, es gibt nur vier Trophäen, es gibt kein Platin und die sind alle bei 0,1 Prozent, also werde ich hier wohl nix erreichen. Hä, come on. Okay, dann muss man nur hoch springen. Wat? Okay, dann muss man nur alle Steine kaputt machen und dann so hoch springen. Kein Wunder, dass mir das erreicht kam, man packt ja nicht mehr das erste Level. Junge mal, ey. Ich muss da hier hoch. Boah, ist das scheiße, ey. Ah, probier ich mal ein bisschen. Wird wohl nicht viel hier klappen, ey. Steuerung, echt scheiße. Meine Fressen, ey. Packt ja erst Level jedenfalls mal, ey. Oh. 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 Komm, geh auf, ey. Die Holte, ey. So. Gespeichert oder was? So, keine Ahnung, was hat ein Gegner. Oh. Oh. Egal, zum Glück gespeichert, aber ich habe schon viel Leben verheizt. Oh. Hä. Ah, eh noch ein Leben. Boah, erst Waffe, muss man die auch noch einsammeln, so jetzt kann man mal schießen, toll, Game Over, toll, macht das einen Spaß, wohl kein Wunder, dass es nur 4-3 Ferien gibt, die unpackbar sind oder was lächerliche, so, probier's dann nochmal, wenn das wartet hier mit dem Spiel, der wird doch gleich gelöscht, ey, der shit, ah, was ist denn hier, ja, zur Story, keine Ahnung, ist es ein Robotervieh oder sowas, so, mach's noch einmal, Neu, Bart, find ich scheiße, springen kann denn dann richtig, ey, muss man genau hier abmessen, wo der springen soll, da, mach du Asi, ey, so, gib mir die Knarre her, komm, geh doch hoch, ey, lächerlich, was ist denn für ein Arsch, fängt schon gut an das Spiel, ey, Mann, Nervensägen da, hier so ein Arschloch, macht das einen Spaß, nämlich überhaupt keinen, Mann, ey, ah, ja, komm, geh runter, ey, geh, undurch, nur, egal, toll, toll, wohl, komm, für 2.50 kann man nicht sagen, mal 2.50 Dollar, schwarz, jummer, so, ist aber ein abknallt, so, Mann, ey, macht das einen Spaß, so, letztes Mal, ich hab eh nur noch ein Leben, bin ne Pesch, so, kein Bock mehr, alles klar, wart, so, wart, spiel, ich sag, direkt Daumen runter, naja, wenigstens mal neues Spiel gehabt, egal, so, kein Trophäenreich, wie gesagt, geht eh nur 4, bei 0,1 Prozent, die man nicht erreichen kann, so, muss ein bisschen Lebensmittel sein, wenn man da 100 Prozent haben will, naja, ich kippt auf, und spiel, das Spiel hat mich gepackt, spiel hat mich gepackt, spiel hat gewonnen, alles klar, lieber Mann vs. Food, äh, Food bin, alles klar, so, naja, dann sag ich mal, egal, auf mich hat mir trotzdem gefallen, ähm, naja, bin Internet, mir gefällt dem selber nicht, so, naja, dann sag ich mal, wir sind schüssi, und das war halt hier mit dem Spiel, so, ich hab bis noch andere Spiele probisch, äh, machen will, so, bis dann, gelt's, schüssi, mhm, 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 mhm. Bis zum nächsten Mal.